Yo 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 servus mein Name ist Selectic9 und ich darf vorbekommen heißen zu einer weiteren Part in Arena, zu einem The Brothers War Premier Draft und wir legen direkt los mit Pack One, Pick One! Oh wir öffnen Land, geil! Aber wir haben hier ein paar Goodies, Recruitment Officer ist eine 2-1 für 1 Mana Plus Upside, großartig wenn man daran denkt, dass Savannah Lions zum Beispiel eine Rare damals war, die hatte einfach nur 2-1 und hatte gar nichts, aber irgendwie eine komische Karte, das ist Savannah Alliance. Chromatic Star bin ich Fan in den Rectos Decks, Evolving Wilds ist gut, immer guter Männersync hier. Ähm ja, ich bin der Trophy ein Stück näher gekommen gestern, ich habe so ein Offscreen Ding gemacht und habe mit Rectos zumindest 6 Wins geholt, da wäre auch diese Karte ganz gut, die hatte ich zwar gestern nicht, aber die ist formidabel. Allgemein ist der allgemeine Kanon, haha, dass Rectos Sacrifice Zellenz der besten Arc-Types ist. Will ich den Infiltrator, ich glaube ihm trotzdem den Recruit Officer, ist hier einfach eine zuviel Value der Bursche und ja, Asurias Soldiers ist ja auch nicht das schlechteste der Welt. Ida Flux Reservoir, okay. Kailas Command, das ist so great, Colors Construct Artifact Creature Token, put a Person-Connect Creature Control against Double-Strike until end of turn, search a library for Basic Planes Card, reveal it, put in your hand and shuffle, you gain 2 life in Scry 2. Ist ein okayer Follow-up, grundsätzlich ist es keine schlechte Karte, bei weitem nicht, aber gegen das grüne Command, was wahrscheinlich die krankeste Karte im Set ist, oder mit unter. Ähm, bisschen underwhelming. Opportunist, finde ich gut. Ja, das Gift finde ich gut, da wäre noch ein Infiltrator. Oh, das Rectos Deck, haha, aber ich will es noch nicht forcen, vielleicht können wir irgendwie anders die Trophy holen. Das Command oder Opportunist? Question ist, was ist besser? Sram, ja, ich finde Command nicht gut, tatsächlich. Ich finde Opportunist viel besser. Star-Star-Unlessen wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber ja. Und hier ja, Rectos Sacrifice. Ähm, ich nehme glaube ich Fate from History tatsächlich. Ich glaube, in einem Celestinia Deck könnte das sogar am ehesten scheinen. Und vielleicht immer Gruul. Ich habe auch schon viel Gruul gespielt, ohne viel Artefakte. Naja, neben Fate from History, let's try it out. Let's try it out. Ha-da-ba-ba. Okay. Sehr weakest Pack overall. Ähm, ich schwanke zwischen Emergency Weld und Weakstone Subjunction. Ich spreche das bestimmt alles super falsch aus. Ähm, ja, wir haben nicht viel gutes Weiß als Follow-up gesehen. Ich nehme mal den Weakstone, weil wir da schon ein bisschen, äh, bisschen Synergie haben. Klar, das ist keine Synergie, weil wir das eigene Powerstone zerstören, aber, äh, damit kann ich leben. Ähm, heute ist übrigens ein großer Tag. Ich habe mir vorhin für gut Kohle neues Equipment bestellt. Ich habe inzwischen ein Greenscreen jetzt gekauft. Ich habe mir zusätzliche Beleuchtung gekauft. Das Weihnachtsgeld ist auf jeden Fall, äh, gut investiert, hoffe ich. Insofern man das bei meinen Videos so nennen mag. Bin gespannt, wie sich das, äh, entwickeln wird. Okay, hier wäre Prison Sentence. Auch fine. Machine of a Matter ist okay-ish. Midstone Animation ist fine. Das ist, wie gesagt, ein guter Manor-Sync. Oh, wir nehmen Epic Confrontation, glaube ich sogar, weil grün ist, glaube ich, das, was ich am ehesten spielen wollen würde. Können wir auch mal schneller einloggen hier. Und mal schauen, was noch bei rumkommt. Das ist ein super-weakest Pack. Am ehesten Living Statue, würde ich sagen. Oh, nicht. Ob der ist sehr redundant mit Faith from History. Das natürlich auch. Return target permanent, you control to its owner's hand, if it has unearthed instead. Ich kapier das nicht. Und ich meine, return target permanent, you control to its owner's hand. If it has unearthed instead, exile it, then return that card to its owner's hand. Hä? Gätte ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich kenne auch den Vanguard einfach nicht mehr als 2-Drop. Mal schauen, ob wir landen. Ob wir in Celestia landen oder was auch immer. Sprite ist auf jeden Fall dies. Slam Dunk hier für mich. Beste grüne Karte, auch gutes Zeichen. Pick 7. Vom Metabla, 2-Drop. Wir wollen Whites, wie gesagt, ist gut. Mishra ist okay. Ähm, ja, passt. Würde ich sagen, passt. Ich klicke immer auf Mono Green. Wow. Super. Später Strong Bull. Kleine Nombo hier. Aber wir müssen ja Faith from History nicht zwangsweise spielen. Ich nehme den mal. Ich pack das mal. Ich spiel's mal so. Okay. Chromatic Star. Haben gerade keine Möglichkeit, den zu opfern, ne? Ah, der opfert sich ja selbst. Never mind. Okay. Dann Chromatic Star über Evolving Whites. Chromatic Star gute Synergie mit Vanguard und Fopter. Dann haben wir hier Hero of the Dunes. Absent Soldiers, you say. Okay. Und das ist der Battlefield. Return Tiger Cut von 4 oder less. Von Griffith. Der Battlefield. Creations improve. Mehr value 3 oder less. Gut. Ja, not even too bad. Ja, wir versuchen die Karte mal. Why not. Vielleicht kriegen wir eine Wolken Wilds. Wir haben schon mal Chromatic Star um zu... äh... Splash. Hoppala. Dann können wir den... Outlet nehmen. Glaube nicht, dass wir's unbedingt brauchen. So, im Endeffekt der Spellfield. Ja. Ist ne 3-3. Für 3 Mana kann man machen. Ist nicht besser als der Mine Worker. Aber ich bin nicht super picht drauf, den zu spielen. Da ist gar nix für uns. Ja auch nicht. Okay. Aber okay. Start für... Absent Soldiers. Das ist die Karte. Weiß ich nicht, wie ich die valueen soll. Tatsächlich. Okay. Hier haben wir einige Goodies. Erwolken Wilds. Talisman ist gut. Obstinen Bailoff ist gut. Ich glaube, wir haben hier mal die grüne Karte. Weil grün will ich ziemlich sicher sein. Da haben wir, wie gesagt, gute Karten drin. Erwolken Wilds wär auch... Neat Rusco Live. Wird großartig. Emergency Wild. Könnte man auch, äh... Splashen. Werden wir schon den Hero Splashen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube. Ob es in einem Bailoff-ED ist. Uiuiuiuiui. Die Karte ist großartig. Was machst du? Ich hab eine Grünsche Karte von mir hinter dem Battlefield. Ha. Aber die E ist nice. Man zieht immer eine Karte. Und dann ist ein Free Free First Striker. Oder ein One One First Striker. Äh... Double Striker ist auch schon fine. Blit Rating. Blow Bolt ist gut. Aber ich glaube für Rot sind wir schon ein bisschen zu spät dran. Cavalry. Bin ich persönlich auch ein Fan von. Hier wäre nochmal eine Emergency Wild. Aber ja. Der Combat Treasure Edith. Und hier ein Easy Slam Dunk mit Sculpting Steel. Können unsere eigenen Artefakte kopieren. Können gegnerische Artefakte kopieren. Äh... Großartige Karte. Noch eine Emergency Wild. Okay. Ein Black Spieler wird sehr viel Freude haben. Hier wäre noch ein Boss und Engineer. Äh... Goring Warplow wäre okay. Naja. Im Nehmen. Sculpting Steel. Das passt. So. Two Drop Wise. Der erhöht auch. Mana Value. Free or Less. Das heißt der Kollege. Obwohl wir sie auch da vorne. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das würde ich auf jeden Fall packen. Aber ich glaube der erste Shootdown passt. Wir haben nur Epic Confrontation noch als Removal. Weakstone haben wir einen Zeitpunkt gepackt. Wir haben nämlich Shootdown. Kann man auf jeden Fall zwei, drei spielen im Main Deck. Weil es gibt neben Verzauberungen und Artefakten noch einige Flyer. Die wir da aus dem Weg räumen wollen. Das passt. Hier wäre noch ein Architekt. Noch eine Cavalry. Aber. Ja. Wir nehmen hier den. Good Old Boulder Branch Goaler. Meiner der besten Comments. Im Set finde ich. Für sieben Mana Cassettes. Sechs Leben. Ist ziemlich nice. Man kann auch notfalls früher spielen. Aber ja. Wir nehmen den. Aber das war overall ein super gutes Pack. Und Deck kommt gut zusammen. Ich weiß noch nicht ob ich Hero Splasher. Ich würde da gerne Evolving Wilds für. Wobei Chromatic Star da auch schon helfen könnte. T. Aber. I don't know. Bisschen mehr Power Stone Generator. Wäre auch nicht schlecht. Aber es gäbe es da großartig. Static Net. Maybe. Naja. Ich habe mit dieser Karte tatsächlich noch nicht gespielt. Habe ich Bock drauf. Mit dem Combat Treasure. Einfach Mähdrescher. Was ist da los. Alter. Was ist da los. Was ist da los. Ja. Aber Deck ist. Nice geworden. Bisher. Ich glaube ich nehme tatsächlich sogar den Soldier hier. Ich glaube ich nehme tatsächlich sogar den Soldier hier. weiter. Live Game. Protection Multi-Colored. Aber wir nehmen Mine Worker. Ich hätte lieber den. Ist glaube ich ähm. More Reliable Live Game. einige Teile auf der Seite. Das ist ein. Bre-Bredy Bad Pack. Nehmal die Removal. 5. 5. Und dann. Das ist ein. habe ich noch nicht so oft gesehen ein zweimal wurde es natürlich schon gecastet war mir die karte war glaube ich gut ne return target artefacts enchantment or planeswalk card von mir grieftet wird viel greater tap power ja die karte ist die karte hat mich schon oft hops genommen richtig oft oder das heißt hops genommen ist übertrieben aber die war einfach mega nervig hier nehmen wir mal die ankommen und ein emergency welt why not why not triggert auch bei unserer boys and girls so bisschen mehr fixing wäre noch cool aber overall kein schlechter start ich würde auch das zwei mana artefakt nehmen das filtert mass production power stone engineer geistgift ich habe den post und engineer tatsächlich ganz gerne auch wenn er von manchen getrasht wird aber ich finde diesen attacker die gibt ja dann power stone token grundsätzlich kann man das auch mit sacrifice geschichten verbinden noch eine emergency welt da spiel vielleicht zwei emergency welt und boulder branch golem ist eine kombi kann man nicht sagen aber ist eine gute ein gutes pärchen kann man da kommen wie sagen in kombination sind sie ja gut aber combo ist für mich immer und zweiter treasure ist fein hier wenn prison sentence post und fracture ist dies aber ich glaube draw a card und dann 333 striker können wir nicht wirklich verneinen ersten wer dann prison sentence die andere karte aber ja was soll der geist combat treasure wir wollen einfachen meer drescher fragen nicht was für ein drescher einfachen meer drescher oh 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 hier wird nochmal repair und recharge disenchant ist großartig evolving wilds legions to ashes wir sind halt schon epsen woher kann ja wollen weiß haben aber die karte ist eigentlich ok removal spell vorangehen ging zu kopier shenanigans aber nicht chance der will wenn ich ehrlich bin ich bin ehrlich wenn wir emergency welt haben und den hero finde ich tatsächliche wollen weil es vielleicht sogar pick hier war auch noch lorence escape hätte gern die 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 qual der wahl aber ich glaube ich nehme dann immer die das ist eine sehr flexible flexible removal karte ist es nicht die nutz karte mit one or more creatures whenever fearless enters the battlefield draw a card let's go hier werden noch ein officer wow was sind das für packs was sind das hier für packs ok aber ich habe nicht so viel two drops müssen wir die jetzt forcieren lorence escape ist gut tower worker wäre fein hilft uns beim rampen ok ok das ist jetzt echt bisschen tricky und wir können hier deli repost karten grundsätzlich ein paar karten männer value free or less du noch in dem fall glaube ich ist der tower worker fein baubel wäre ok ambush paratrooper ist auch fein in dem sinne der welt nur fein wenn mehr reliable die swamps kriegen aber das ist nicht zu 100 prozent ach disenchant und noch ein recruiter euer ich lasse darauf anliegen ich nehme den zweiten second drop bushwag oder wengert was ist jetzt hier los was kommt jetzt hierfür für packs oly moly Bushwag Wengar Ich glaube ich nehme Bushwag würde mir beim fixen helfen Aber ich sage jetzt ganz ehrlich Hier noch ein Sprite Okay ich glaube mir Cutten Black sogar wieder Cutten Black komplett Genie Schiene Vielleicht sogar Hier noch mal Disenchant gegen Laurence's Cape Ich glaube Ein disenchant ist fine Hier habe ich die Rare Weißen Warling Wilds nicht gewillt Hier ist sogar Laurence's Cape Okay nice Okay ich glaube so macht das Deck Tatsächlich mehr Sinn Ich weiß gar nicht ob wir den Golem dann trotzdem haben wollen Aber ich denke es ist ein okay Top end Doch Kann man machen Firebomb wäre nochmal okay So Removal ist jetzt halt nicht so krass Wir haben Epic Confrontation Wir haben Disenchant Wir haben den Combat Trick Das war es ne Und Shootdown Reicht das die Frage Reicht das Okay Ich glaube das ist trotzdem fine Wie mein Freund Belmont Gabriel sagen würde Grüße gehen raus Auch wenn er es wahrscheinlich nicht sieht Aber Belly You are missed Doch gefällt mir Gefällt mir dann doch ganz gut Double Officer ist fine Vanguard Haben wir genug Artefakte um den Vanguard zu supporten 1 2 3 Wird auch einfach so zählen 4 5 6 Wir kriegen noch ein Power Stone Da kriegen wir auch ein Power Stone Ach das könnte funktionieren tatsächlich Was eigentlich wenn ich mit Sculpting Steel ihn kopiere May enter the battlefield Is a copy of any artifact on the battlefield May cast a spell different mana Cost color tough And keeps it to blisten types I don't know Finden mich vielleicht heraus Ja Wir haben einen Weg das zu splashen Das Ding ist Ich glaube Emergency World ist nicht so dramatisch Wenn wir das verlieren Legion to Ashes wäre okay So wie fair Wir können Bailoff cutten Der ist nicht relevant Den noch reinpacken Der will nochmal die Sachen boosten Zusätzlich zu Welcome Nein Welcome boosten nicht Und eventuell Müssen wir einen Cut machen Architekt ist halt Schauen wir mal Wie viele Artefakte haben wir im Deck 7 Artefakte Ach ich kriege halt auch keinen Boost Und es ist eine 2 4 Mana 2 3 Ich glaube der ist Cutable Bin ich ehrlich Und dann Vielleicht 2 Swarms Könnten auch Ich glaube wir gehen für 3 Swarms dann Cut noch einen Forest Ich glaube das ist Risky Business Aber ist von der Synergie her besser Bailoff ist Whatever I guess Und der andere Stuff ist halt schon ziemlich nice Können wir überlegen können wir Emergency World irgendwie finden Was will ich da am ehesten cutten Und Bauerstone Engineer Aber Bauerstone Engineer profitiert von Hero Und wir ziehen eine Karte dank Dank wo es ist Schon wieder Auf dem Welcome Irgendwas So viel Creature Ich glaube mir Riskieren sie einfach Aber ich finde Dex sieht solid aus Vielleicht wäre es das Der letzten Jahr besser Aber Legion ist halt ein Removal Spell mehr Hier auf Yun's Pumped Und ist noch ein bisschen Wieder Zum Beispiel hier Könnt ihr alles zurück Moment Target Artefect Or Creature Cuts Das heißt wir können auch Sculpt den Stil zurückholen Ja Ich glaube ich versuche das Ganze einfach so Epson Weenies So wird es auf jeden Fall im Titel stehen Ja gut Bevor das Ganze los geht Natürlich kurz Werbung in eigener Sache Falls euch Magic Content gefällt Insbesondere Natürlich meiner Wird es mich sehr freuen Wenn mir einen Daumen nach oben Und einen Kommentar da lassen könntet Falls ihr nicht wisst Was ihr kommentieren sollt Dann Hashtag Mönz Not Hot In die Kommentare Und ich weiß Bescheid Dass ihr Bescheid wisst Und cool seid Schaut auch sehr gerne Auf den Community Discord Server vorbei Link ist in der Videobeschreibung Und dann würde ich sagen Wir sehen uns in Runde Eins Alrighty Mighty Opponent Goes first Wir haben One Drop Two Drop Hier ein Two Drop Hier maybe Three Drop I keep Ich habe by the way auch ein Kev hier Das hatte ich auch während dem Draft schon Aber ich habe keinen einzigen Schluck genommen Lecker lecker Das ist ein Chant auch fein So give me a land Please Ja ich glaube nicht Dass er blocken wird Let's find out Ich glaube ich bin Man Efficient Und ich bin ein paar Trooper dann Zwei Können wir auch disenchenden Notfalls Wäre auch ne Idee Vorher wird größere Threads noch haben Ich bin Bird Trooper Let's go Land Aber hier Fast Engineer ist Good enough Und Den Einfach fahren Wenn er blockt Dann blockt er Pressure an Pressure an Hieß übrigens ein Das war ganz anders geschrieben Aber hieß so ein Oder heißt Nimm der ist immer noch so Den gibt es immer noch Sohn Spielzeug und Schulbedarf Warenhandel ist das bei mir in der Nähe Da gab es auch lange Magic Karten Wahrscheinlich gibt es da immer noch welche Da habe ich meine allerersten Offline Turniere gespielt Tatsächlich Bei guten allen Breschern Damals natürlich auch als kompletter Noob Ich kannte nicht mal die Regeln Gab sogar noch Mana Panthea Mann nice Na aber Nimmst Kann er blocken Kein Land Kein Land in Sicht Gegner Flooded hier fast schon Ja Da gab es noch Mana Brand Was war das für eine Zeit Das war Kamigawa war das alte Mit Bushido und so Das war schon ziemlich geil Kamigawa war damals Meta Was noch Ich glaube Mirodin Kamigawa und Mirodin Ja Das OG Mirodin Geile Zeit Geile Zeit Gewesen Geile Zeit Deswegen verstehe ich auch Tatsächlich nicht so ganz Warum ich mit dem Set Nicht ganz warm werde Weil ich habe Mirodin Geliebt Ich liebe es immer noch Eine meiner Lieblings Expansions Da ist ein Land Und jetzt ziehen wir dann Karten Freunde Der Volksmusik Attack Ich habe es nur einmal Pro Turn Triggert Ich glaube Hätten wir Mana und Curve gezogen Wären wir gut dabei gewesen Ich glaube ich blockiere Fürs Erste Power Stone Wenn wir in unseren Dings Rampern In unseren Golem Irgendwie Jetzt ist es wieder ein Stück Schwieriger Mh Na Guard Die Land Juhu Mein Worker Juhu Dann blocken man nicht Wo sind unsere Mähdrescher so fricking Mähdrescher einfach ein fricking Mähdrescher ich will live gehen muss werden einfach so jetzt ist das geile ist die muss man nicht mal tappen seine Fähigkeit ja mono red überrennt uns gerade ein bisschen shoot down bringt halt gar nix geil Das ist leider nicht something gut kann auch niemals gut ist was ich kopieren kann ich glaube es gg hier schade ja leider nicht die lands on curve gezogen aber ich bin trotzdem guter dinge das deck ist nats vertraut mir jetzt go da ist er Mähdrescher einfach Mähdrescher ich weiß nicht warum ich das so lustig finde das sozusagen aber ja eine homage an einen guten alten moneyboy ist lands lands zu ziehen ist halt schon ziemlicher king shit ich glaube wir lieben da noch ziehen hier eine karte ja schon was der gegner macht abhängig davon wenn wir es gestalten was du noch nicht tun mo boi wir ziehen die karte wo gerade sagen hätte mich nicht gewundert wenn das auch ein land ist ja ist geil dann können wir nicht so eine sprite spielen wenn wir noch eine planes ziehen mal schauen mal schauen ok und machen muss er zwar nicht aber kann er wenn wir eine planes ziehen so greift ein bein an block ich dann ist die frage wahrscheinlich schon ne ne nehm ich den raus da kann ich so ne trotzdem double stellen plus wir kriegen hier ein token recharge leider recharge und der Mähdrescher ist ja richtig lit eigentlich ok sprit und für noch ein officer wie mehr planes oh target artefakt ja crazy ja repair und recharge ist großartig Mähdrescher ich glaube ich aktiviere einfach unseren officer sorry officer ja nice good enough und attack hier wenn er blocken würde wäre es ok für mich den sprite will ich noch nicht ganz aufgeben ok kann man machen kann man machen erhältet mich für vier in return gib mir die planes und ich bin ein happy ein happy boy wow ok frech was ganz zumindest nicht den stetschiert die trotzdem frech da ist die plane sie ist so m hello pro karte hello mein bürger hello let's go der gibt nicht regional nur grünen gebreach also gaias gift wenn er noch mal removal hat fährdiel aber dann hat er gut gezogen würde ich es mal so in den raum stellen maa oder wir looten mit mishra komm gönn mir doch jetzt hier den erfolg gönn mir den erfolg nice uiuiui pseudo haste ich weiß uiuiui und die märz nur die märz aus ich ja ok ok mingort und kürt Geht herk! if there are three or more creature cards in your graveyard sind es nicht passt sie keine karte damit und das macht die karte natürlich auch schon ein bisschen wacker der flyer ist nervig wir können einmal blocken mein werk können wir ein leben holen ja das ist halt beschissen nur blocks tatsächlich würde ich sagen vielleicht können wir das game hier in gefinition auf jeden fall und wir kriegen den engineer sprites sprites besser nicht trampeln und das erste tier trample dann der vigilance oder tötet kein bär tatsächlich das war ja ich glaube man war mit dem meh drescher und wir scrying glaube ich sogar für eins links brauchen wir nicht dann ist ein airtacker schon mal weniger naja die karte ist so bonkers einfach sechs männer du machst eh meistens die zwei letzten modi aber selbst nicht dann ist halt trotzdem noch gut ja jetzt removal gezogen hat dann aber da machst du halt nix wenn er hier noch removal gezogen hat dann ist halt nicht schlecht aber ja wir haben halt sieben lands gegen sechs von ihnen los ja ja command removal 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 fricking mischra course heißt whatever ok der flyer damit kann ich leben weil wenn er mit dem flyer und den trample angreift ok kann er nicht mehr kann er nicht mehr außer tap mischra und hat nen artefakt in der hand aber das wär ja crazy ich hab angst vor ne karte ich hab angst vor ne karte Mähdrescher Irgendwas ziehen. Ich glaube wir haben Epic Confrontation im Deck. Dann ziehen wir noch eine Karte Wo ist hier? Der kriegt genug. Forest ist leider nicht das was wir brauchen. Der Mähdrescher nimmt auch sein Dings nicht raus. Sad enough. Ich glaube wir müssen noch einen Term warten. Ich glaube das ist jetzt Game. Kein Glück in diesem Meter. Die Scored Record. Okay. Ein Blocker weniger. Das ist gut. Wenn ich angreif. Damit kann ich leben. Ja. Zumindest ein Tör. Dann kann ich damit noch leben. Wenn er die Dings hat. Plane Swaggy F. Erst begreifen wir von anderen an. Ich muss den Mähdrescher blocken. Ich glaube das ist sogar lethal. Ich glaube das sogar. Okay wenn er so blockt nicht. Ah der kann aber so nicht blocken. Der kann hier blocken ja. Das stimmt. Und dann ist lethal ne. Inhalt. Dammit. Epic Confrontation wäre cool gewesen. Alright. Ein HP Mann. Ja GG. Ah. So close. So close. So close. So close. Ein Land weniger. Eine Kreatur mehr. Hätte gereicht. Hätte einfach gereicht. Es ist doch so ein Scam hier. Okay. Tag der Entscheidung. Hand ist. Okay. Ich denke gerade ob ich Chromatix da eigentlich brauche. Aber ich spiele trotzdem lieber. Das ist glaube ich nur ein Damage den wir da. Abgängig sind. Und das ist das hier ein guter Start. Opportunities. Wir haben Removal. Double Removal. Gegen mal auch noch Black. Maybe. Go Flyer. Opportunities. Let's go. Tag. And I. Traded. I guess. Two drop gain. Three drop get traded. Um. Yeah. Stuff in the back. Stuff in the back. Come card draw. Kinda. I guess. Okay. Okay. Exiled. Ja es exiled. Das ist ja sogar. Okay auch Epic Confrontation. Er kann halt nochmal eine Karte ziehen. Aber ziemlich okay. Tag. Dann Park Trooper end of turn. Dann können wir etwas besseres exilen. ein bisschen. Den zum Beispiel. Einfach Faced. Der Frech Dax. Dann Library. watermelon. Okay. Dann weh. Dann die. Dann wir mal wieder. Dann die. Dann die. bekommt okay wir exalten spiel sprite die karte golem wo das ist sexy wohl empfehlen so ein bisschen die länder können eigentlich einen kohlen für vier mana spielen ich habe kein problem damit land ist gut actually ich mache das so das ist eigentlich nice pump squad nice jetzt läuft es hier läuft es und dann golem into sculpting steel wer hielt wer hielt sag ich wie es ist blitzautomedium kann angreifen ich kann gerne raisen ich kann hier auch gerne raisen das ist zwar einmal 8 damage aber wenn wir jetzt kein land ziehen dann würde ich sogar den golem spielen war officer officer reicht mir tatsächlich ist das ein win ist das ein win ist das ein win für statistik wir spielen ja das beste arktype im game wahrscheinlich 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 ist es rectus ja das mir bloody grundsätzlich laddie erst attack erst attack das ist das ist das ist das ist das ist hier sieht gut aus es sieht gut aus ein sprite kann er nicht blocken es reicht noch nicht ganz ne ist hier risky business was ich mache aber let's go let's go bei an wahrscheinlich ja war gibt es einen combat trick der mir das jetzt veräteln kann play it safe moment whenever fällt der damage excel that many cards from the top of your library so ich habe jetzt irgendwas mit 4 gelesen ich block einfach mal so und kriege eine karte ok da hatte keinen combat trick gehabt das war das land ok ich glaube es ist ein safe ich glaube es ist ein safe hands down yes ein win ein win den nehmen aber sowas von mit hier opponent opponent goes first one drop two drop maybe three drop am draw komm gib uns ein drittes land und wir sind happy if you want to be happy for the rest of your life make a pretty woman your wife now my personal point of view make another girl to marry you wow guter milfin pretty pretty woman yeah da ist das land da ist das land protects schau vielleicht attack er rein you never know see seeker ich mag ihn nicht ich mag ihn nicht komm attack attack doch feigling einfach ein feigling da sind wir da sind wir da sind wir bleibt eine runde am feld und wir ziehen eine karte let's go let's freaking go g to the g you go first wir haben wir keine planes aber trotzdem eine gute hand glaube ich to drop free drop und wir haben am meisten planes im deck let's go let's go let's go to the mall warum wir heute so in gesangsstimmung was da los ja mit sprit dann opportunist dann sind wir gut to go hier spielt nichts auch formidable attack rampy ramp wenn wir jetzt noch ein win holen könnten das wäre ein big step weil dann würden wir von 200 ist egal von 250 gems die wir gewinnen können und mal auf 1000 springen das wäre schon mal für die brieftasche auf jeden fall nice bin gespannt was er nimmt ich kann mir vorstellen dass er recruit officer nimmt einfach wenn mich der rampen lässt äh nicht rampen ähm er nimmt echt shoot down interessant äh ja spiel officer ist der officer und attacken für 5 sieht gut aus spider nice one hier 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 die können dann recruit office aktivieren können Ambusher rein flashen das ist nicht so schlecht ich glaube ich nehme tatsächlich den powerstone engineer für den bohlen ein bisschen brechen können sie gut so angreift würde ich mit dem block und ja mir ist ein flyer exiles ein flyer sogar und ich nehme den power stone gegen hat auch keine angst vor wie heißt die giant roof gehabt aber ja ich hätte gerne den power stone damit wir vielleicht nächste runde in den golem spielen können brawler ist dies mild tatsächlich in land lucky lucky ist so lucky heute kommen wir aber auf die songs was geht denn hier ab schieß es da gab es bei der weh mein geiles rb rb battle epic confrontation alter ich muss aufhören ich muss einfach aufhören wir machen das einfach würde ich sagen ja auf jeden fall gab es einen rb rapper namens lucky und dann sind gegenhalter eben diese britney spears hook dann gecovert somit ich erschieße lucky dieser arsch ist ein bastard rapper aus der rb adu es wort schieße kann ich den aktivieren ich glaube ich nehme sogar lieber den vanguard vigilance attacker der vielleicht für drei angreifen kann ich die runde ok jetzt auch ein golem das ist nicht gut papa give me land yes sir das sind wir dabei okay und fly in the back mit repair können wir nichts allzu krasses zurückholen ja der ex halt ne schade ja den treat gehen wir ein was wenn der giant growth hat man so wenn er den indestructible trick hat gut gemacht okay nur lifelink jetzt wird beide rausgenommen ja aber wir können repairen inspector wer ist wieder da inspector gadget und ja nun ist ein golem zurück 24 zu 26 leben spannend aber wir haben gas in der hand auf jeden fall wir haben gas in der hand und greift hier einfach mal an wenn er double block ist für mich auch fein schätze ich was hat er denn jetzt für den trick ich glaube das kann ich aber punishen oh wir spielen eine sprite auch noch nice ok ich glaube es gibt kein board es gibt ein board wipe aber der ist in weiß wenn mich alles täuscht also das ist äh karns nicht karns wie heißt der ursas silex oh und das gute ist wir haben männer sings an board das heißt es nicht so was das zweite mal you kidding me yeah no attacks wow really wie Rezo sagen würde äh attack 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 ja come on come at me bruh ich glaube wir können den double ja das ist perfekt oder ich glaube wir können den double aktivieren oder ja puch glück gehabt war eigentlich gewesen wenn nicht bom 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 ok soweit so gut aber das war ja wieder maximal lächerlich gerade die man manner sings haben bin ich cool damit attack da können wir den officer aktivieren da wird jetzt ein nice raise aber ich glaube wir haben die upper hand ja nice 1000 gems hui aber das zweite mal in diesen draft gegen die command ich habe command nicht einmal doch ich habe es einmal geöffnet glaube ich in draft wo ich etwas falsch verbreitet aber ja scary ok ein win mehr wir haben das endbrief wieder drin und das ist mehr als ich haben will kleine korrektur dass sie nicht mehr als ich haben will aber mehr als ich erwartet hätte nach den ersten beiden spielen und das ist leider einmaligen aber am play das sieht besser aus tatsächlich und wir haben eine maehdrescher einfach eine maehdrescher ohne ein land give me one land please einen land ist so sexy kein one drop please okay ah das land tyson land let's go der traum lebt vier karten zu acht noch okay let's go let's go der war gecast oder das ist ein battlefield ja gecast aber falls er scat array hat können wir das umspielen hier okay der ist mir egal der ist mir egal bei uns ist ich selber das wäre funny okay dann opportunist und dann vielleicht mir ist und dann mit schlans dings ja 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 ich stelle dich der gefahr war das was wichtig ist wirst du erkennen wenn diezeit gekommen ist ja mann let's go wir gehen hart hart und ich würde opportunist traden gegen sandino mein cap schief und ihr sagt nichts alter ich weiß ich bin so überdreht weil ich so viel kaffee getrunken heute ein schluck ist noch ich habe jetzt eine achte bang der gefühle hier gerade für mich ich will auf jeden fall noch einmal den maehdrescher kärsten für meine neue cat phrase ich hatte schon nats glaube ich das so ein bisschen wie ein welcoming vampire bisschen schlechter eigentlich sogar weil man hat sogar noch ein buddy dabei wobei die karte ist vielleicht schwer zum removen aber ich glaube welcoming vampire triggert immer also nicht nur einmal pro turn ich überlege gerade ist irgendwie möglichkeiten dass man im gegnerischen turn sicher es gibt die eine 31 die immer wenn sie stirbt aber dann müsste mit der block mit der karte will man eigentlich nicht blocken ich glaube nicht nur hohen kommentor ist in der match ja 9 1 9 zum glück recht einfach flech lawrence escape ok ding ist wir ziehen keine karte mit dem glaube ich oder ich glaube die prototype kosten zählen da nicht rein doch ok nice und rockard rockard ok ok wir leben noch wir leben noch wir sagen vanguard ok sind wieder im spiel creature oder artefakt nochmal aber ich glaube mir sculpting stil kopieren wir nur die 1 1 alles täuscht so viele commands gegen die wir gespielt haben heute lächerlich ich glaube mich schwarz kommt auch nicht schlecht aber ich glaube das beste sind die schwarzen das grüne ist das allerbeste schwarze das zweitbeste ist damit zeigt feature der rock hat das gott rock hat das gott so disco hat dort zu kann nicht schlecht eigentlich eigentlich nicht schlecht müsste sein dino loswerden auf jeden fall ich habe angst dagegen dass er hier hat hatte ich letztens bei der wei auch einmal gibt es war der was wir meinen rektors deck drin dass wir ja eigentlich kriegs gespielt aber sie war die einzige karte die ich gesplasht habe oder ich hatte auch noch stören lassen glaube ich müsste ich nachschauen bei 17 slander greift und der flyer an so ein schuft so ein schub wenigsten artefakt dass ich kopieren kann nichts dergleichen dann ziehen wir eine karte hello swamp wäre cool schade recruiting officer ich glaube greifen erstmal an gegen alles in der mit stu das besser ist die noch mal kopieren ich glaube halt leider ja klingt aber noch ein double striker könnte die schaden außer hat es sind nicht es geht erst gerne re heißt das genau dann nicht ob wir schauen ob es der 1 1 wird ja für die wissenschaft geklärt weiß aber wenn sie noch eine karte und das ist ein swampy swamp nice enttäuschen okay können wir nicht so noch mit mehr sachen angreifen wie du es da wirst du denn reis wenn dann irgendwie pumpen kann dann ist halt komplett rippa roni der wird nicht zu einem flyer soweit ich weiß das ist für mich okay und dann kann mir du sogar den double striker zurückholen ist ja noch besser der way würde ich sagen blocke hier blocke da mein herr ist der kopie gedreht gut war wichtig mit dem original und die erst 33 wieder zurück zu bringen jetzt verloren ist jetzt kate noch drücken aber wo sie noch nicht glaube ich über den hero protecten oder mal schauen was er macht okay er gibt uns den trade so ein 2 für 1 nee 2 für 2 eigentlich okay darf nicht scat array haben das wäre halt kritisch aber i guess we risk it for the biscuit okay nice was ach so scheiße nur creature dann habe ich mich vertrauen mein bett mir cool war aber ja jetzt in der karte gegen power stone medic bringt er irgendwas an der stelle not really ist egal ist egal ist egal ist egal ist egal attack 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 ja wir müssen pressuren wir sind unter druck tatsächlich und jede sekulatur würde traden mit seinem dino das ist nicht aufpassen wenn es noch eine fette kreatur hat und tees gibt dann haben sie mir auch in der brindulie sie doch ganz aus untap soll ich ein blocker mehr kerstin oder escape offen lassen ich glaube ich spiele sogar noch ein blocker mehr wenn ich ehrlich bin wenn er jetzt im remove spell hat dann das heißt so aber ich glaube ein blocker mehr kann ich schaden okay das ist nur zwei in die okay wir haben ihn glaube ich im nächsten turn wenn er hier angreift ja wenn ein pamspill hat hat er gewonnen showdown final showdown das reicht ihm wahrscheinlich ne ja nochmal machine good game auch nicht preventen können theoretisch ne ne hätte trotzdem ein damage drüber bekommen ja schade aber ich glaube netter run eigentlich ich bin tatsächlich nicht zu 1000 prozent unzufrieden nur zu 900 ich weiß nicht ob sie die entscheidung war schwarz zu splashen ich glaube aber ja doch also was wäre die alternative gewesen bailer vom vierer slot fate from history hätte ich meine besten karten verloren an meinem top end ich glaube das passt schon erstes game bei flooded zweites weiß ich gar nicht mehr wie wir das verloren haben aber wahrscheinlich zurecht ja trotzdem zu jahren drei wins to great losses schon mal mehr auf die fresse bekommen nichtsdestotrotz hoffe ich dass das video euch spaß gemacht hat mir claim hier auch die reise oder mir noch ein bisschen zeit dafür und ja quasi nur 500 gems verlust ist könnte schlimmer sein da hat das schon ziemlich spaß gemacht ja gut wie gesagt ich hoffe das video hat euch spaß gemacht ich glaube heute war vom entertainment her war es glaube ich nicht so mies auf jeden fall paar mal gut eskaliert falls dem so ist dann würde ich mich wie gesagt sehr über den daumen nach oben deinen kommentar freuen mens not hot in die kommentare falls ihr nicht wisst was ihr schreibt damit ich bescheid weiß dass ihr bescheid wisst und cool seid wie gesagt community discord server und jetzt ein wunderschönes wochenende wünsche ich euch machts gut heute rein eule servus